Dresden, Hiroshima, Vietnam! Frau Meinhof, Sie haben die Seite der demonstrierenden Studenten eingenommen. Warum? In der rechten Presse ist die Schuld an der Katastrophe vom 2. Juni den Studenten selbst in die Schule geschoben worden. Die Wahrheit ist aber, dass Freiheit in diesem Staat, die Freiheit für den Politiker, der Teignüppel ist. Nur die Knarre löst die Starre! Wir haben gelernt, dass Reden ohne Handeln Unrecht ist. Wir bauen eine Gruppe auf. Wir werden die politischen Verhältnisse ändern. Wie soll das denn gehen? Was ist denn das für eine scheiß bourgeoisie Fragestellung, ne? Wir machen das. Und wenn wir da bald drauf gehen? Wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein. Es ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Und natürlich kann geschossen werden. Kaltblütig abgeknallt. Jetzt ist Krieg. Ich denke mal, dass der Schmuck bald vorbei ist. Ich denke, dass Gruppierungen, die die Verhältnisse als Bedrückung empfinden, nicht zögern werden, Bomben in das aus ihrer Sicht verkrustete Bewusstsein der Gesellschaft zu schmeißen. Wir befinden uns seit heute im Hungerstreik. Wir fordern eine Änderung der Haftbedingungen, das heißt Gleichstellung der... Sie haben die Pflicht als Angeklagte hier zu bleiben. Lass mich doch nicht zwingen, du Arschloch! Ja, Sie können doch von mir hören, dass Sie ein faschistisches Arschloch sind! Miese Watt. Wir müssen sie da rausholen, und zwar bald. Ein paar in unserer Gruppe denken, wir könnten eine 747-SP-Kappe. Die lassen wir dann über Bonn kreisen, dann ist das Sprüch alle und das Ding fällt runter. Die Aktionen, die draußen laufen, sind von Leuten der zweiten und dritten Generation gemacht worden. Dem, wie mir über was jetzt läuft, haben wir eine eher gemäßigte Politik verfolgt. Das Terrorismus hat in der ersten Dauer keine Chance. Denn gegen den Terrorismus steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe. Scheiße, Junge! Gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Volkes. Jetzt habt ihr den Krieg, den ihr geboren habt! Der Krieg, den ihr geboren habt! Vielen Dank.